Unser Radioskifahren ist super, es geht in der Früh schon ganz entspannt, da habe ich ein ganz toller Frühstück, der Service ist der Wahnsinn, lauft da super gute Leute. Unser Radioskifahren ist bisher super, traumhaftes Wetter, tolle Leute, super, ich kann nichts anderes sagen, das ist auch super, also beim nächsten Mal kann man da gar nicht wieder mitfahren.